doch heute gefahrt sieht man auf einen unterricht so kann ich glaube so aber ich habe mir noch ein bisschen gucken ich bin noch mal was dann auch gucken ja schon mal noch ein bisschen fernpräsenz zu sein aber hier noch etwas ist um und technikpunkt den ich mir gerne mitnehmen würde dass mich hier einer der gründe warum ich hochgegangen bin weil ich darf den unbedingt noch haben wollte tja pech für euch meine freunde das ist ja wo ich dann heißt wir können die runter und wir packen mal unsere hat die liga nicht immer mal deaktivieren oder wenn immer war die die kann was trinken ja oder mal halt müssen da hoch noch lade die eierdaten der klinik runter ich habe eine rekonstruktion von angels untersuchung erstellt du kannst sie dir in der klinik ansehen gut gemacht also das ist das ist sie die klinik ok gut das ganze mal stadt prozedur mister lopez aber sie werden in kürze gehen können eine art implantat das müssen wir uns näher ansehen analysieren die gesichtserkennung meldet treffer für beide sie gehören zu mary kelly kleiner bande also hatte inspekt erlau recht klein kelly und albion stecken unter einer decke was für eine eklige orgie definitiv mikrochips überzogen mit bio kompatiblem glas um abstoßung zu verhindern sie haben ihm also was ins genick gesteckt ein tracker ein gesundheitsmesser nein die sind etwas ausgefeilter wenn ich raten müsste würde ich sagen dass damit eine dosis eines unbekannten gemischt injiziert wird nichts was man an jeder ecke kaufen könnte ich könnte den weg den er genommen hat rekonstruieren wenn dich der ausgang interessiert bleib an sie schließen zu ihm auf na los angel ihr wichser komm schon mal das schaffst du verflucht wir haben es verbaut ohne übereinstimmung wird sie uns töten nein keine sorge solange nicht beschädigt ist ist alles gut die nachfrage ist hoch beim neuen netzwerk hast wohl recht wir intubieren ihn und fahren ihn zur verbrennungsanlage so aufgabe erfüllt 20 technik punkte was muss das implantat gewesen sein dass er hatte der mikrochip wurde sicher ausgelöst klaren kelly hat was vor und wir müssen was dagegen unternehmen vielleicht können wir angel noch retten wir müssen ihn finden und rausfinden was sie ihm angetan haben und was dieser scheiß mikrochip damit zu tun hat ein bisschen zu fortschrittliche technologie so ich guck mal gerade ob ich hier ein bisschen was hab wegen technik weil er mal ein bisschen was hin will ja wie habe ich denn überhaupt insgesamt 90 kaufen wir die spinne wir haben eine jagdrohne ok warte mal wir gucken uns gerade noch ein bisschen um team ok könnte mary zu einer fiesen dark web hacker gruppe gehören wie zum beispiel welche nehme ich denn da sie rote interessante theorie bergley aber schon die untersuchungsalgorithmen mal ab ja angel braucht uns die verbrennungsanlage die sie erwähnt haben ist vermutlich die ins sie ist quasi um die ecke so mission abgeschafft unterwegs verschwunden und der nächste ist klar kelly's neuer export na gut dann fahren wir uns zur sause mal verbrennungsanlage und suchen nach 1 euro ist das mit dir los kaputt hier falls du überhaupt heute noch zu kommen und ich glaube ich weiß wen du suchst der arme bastard ist direkt hier kollabiert du hast es gesehen war der arme bursche dabei wenigstens schon tot er hat gezittert wie bei krämpfen schaum vom mund aber ich glaube er hat gelebt die leute von der klinik haben ihm eine sauerstoffmaske aufgesetzt und ihn dann mitgenommen hätten sie mich beim zusehen erwischt hätten sie mich auch mitgenommen geh bitte wir sollten nicht darüber reden ok na dann machen wir uns mal auf wir verlassen sind verlassen die klinik oder dieses gebäude hier dieses ipc und ja machen wir uns auf zum müll das haus war oder wie es ausgesponsert ist so sagt wie auch immer warte mal gerade kurz ich muss mal gerade ganz kurz hier nur aber den ausgang finden ich bin nämlich zu relativ toll gut und gut ein ausgang zu finden hier sind wir falsch jetzt sind wir hergekommen so ich war der kuppel der sache überhaupt gerade gar nichts und ich komme diese scheiß kiste nicht an oder noch nicht zum hacken lade ich mal sagen kann ja ich wollte die türen ach schon mal ein zweiter wort na na aber wir sind richtig glaube ich wir sind jetzt gerade unterwegs wieder raus weil hier haben wir nämlich die ganzen feinde bekämpft wir haben uns keine absicht die tür die fall auszulösen waffen ich wiederhole alarm standort gesendet brauchen ein 10 13 waffen lassen richtiger in ihrer umgebung gemeldet und gefährlich bewegen uns zur position der zielperson ende gut außerdem und weg geht ich kann die zielpersonen nicht sehen er bitte anweisung so was die personen sicht ich habe das gemacht ich weiß jetzt natürlich wieder okay so viel zum thema wir machen heute mal ein bisschen was anderes so kein sichtkontakt so zielperson kein sichtkontakt durchsuchen das gebiet rechenverfolgung ab ja jetzt möchte hoch ne ich dachte mich könnte es ja ohne problem mal kurz eben die technikpunkte einpacken ich weiss es bei die Das ist eine Waffe. Das ist eine Drohne, das ist ein Schatzpunkt, das sehe ich hier unten drunter, ist der da drin, das sieht so aus, das wäre da drin, ja, da ist er, habe ich mitgenommen, 10 Punkte, neun mal hin. Seht euch mal um. Seht euch mal um. Ihr ist nicht zu sehen. Das jetzt. Warte mal. Das Schwein kann überall sein. So. Weiß auch immer das jetzt gerade hier war. Jetzt reicht es zumindest mal, um sich das Ganze hier ein bisschen anzugucken. Äh, die Falle wollte ich jetzt nicht mehr nehmen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo waren das jetzt hier? Ist das unten? Ja, oder bin ich jetzt gerade... Ach, hier oben ist es. Hotels. Warum nicht? ,ja, warum nicht? Da ist zwar ihr habt was Schönes. ich gucke mal gerade wo ich daran ja schätze du bist bei der warte ich hasse das ich habe kein spider bot das oder kann ich den kaufen für begleiten nur mal so nebenbei upgrade kaufen gegenstatt kaufen ar-tarnung immer mit beide mal gerade kurz ich kann ja gucken ob ich im körper entspringen nicht verpolitifizierbar ich kann also wechseln indem ich hier aus diesem sperrgebiet rausgehe dann hätte ich die möglichkeit perfekt dann hätte ich die möglichkeit den den ja mal auf so jetzt kann ich wechseln so machen wir das doch weil dann kann ich ja dann machen wir heute was anderes machen wir immer ein bisschen nur kleinkram dann ist es halt einmal im moment so jetzt könnten wir deine fähigkeiten brauchen sagt nichts ich bin schon dran hier sehe kann nichts mehr los aber ich würde zumindest mal gerne diese kiste mitnehmen weil die haben wir hier nachfalle schaffen okay es ist nicht ich finde die kiste aus dem container mitnehmen weil die nehmen wir mal mit ist ja dann halt nicht hier mal die karren mit so ich hatte ich dachte ich könnte die kiste mitnehmen so okay die kiste nicht die karre so kann man mal sagen fangen wir noch dahin kommt wir müssen dorthin mit der mühle sollte man nicht relativ zeit zügig da sein ja dankeschön dass immer die vorfahrt versuchstags zu nehmen freund auch hierfür der technik und fangen wir mal dahin der muss hier oben liegen und zwar und zwar und zwar eigentlich unter mir oder oder auch wo ich die karre wegpacken tatsächlich so auto geparkt durch die punkt mit eingesackt supi aber da gibt es wieder richtig punkt aber nicht jetzt ich muss mich nicht überall mit dingen technologien die sind praktisch weil wir dafür erweiterung und fähigkeiten und alles kaufen können für unseren charakter aber hier sind wir auch das wenn man dann in der nächsten folge angehen bei let's play watchdogs ich ich sie ich 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 ich